Und Leute, Parlello ist wieder ein bisschen Schwingpfad, wo fahr ich denn jetzt links? Ich hab ja wieder so viel Krab hier. Oh krass, wo fahr ich denn? Ich seh nichts. Leute, ihr habt hoffentlich ein, zwei Bilder von euren super Donnerwetterbüchern geschickt. Die werde ich jetzt hier einblenden. Manchmal fragen mich Leute, PüDiSsel, warum bist du hier im Süden? Du kommst doch aus dem Norden. Genau wegen sowas Leute. Sowas haben wir leider im Norden nicht. Den Schnee, die Berge, das ist ein Träumchen Leute. Ich liebe das. Und obwohl ich gerne vor meinem Computer sitze, bin ich auch genauso gerne draußen in der Natur. Kleine Mini-Abenteuer erleben. Und wenn es so ein bisschen ist, hier mit dem Schlitten so eine Piste runter. Das ist doch geil Leute. Das macht doch Spaß. Oh, jetzt kriegen wir hier aber wieder ab. Es ist eh nichts mehr ab. Und mit Auge, diese Falle stehen. Das war nochmal ein Stein. Muss natürlich auch vorsichtig sein. Oh Gott. Perfekt eingepaart. Oh Leute, ich wollte euch nochmal auf dieses kleine Abenteuer hier mitnehmen. Ich hoffe, ich kann euch damit eine kleine Freude machen. Wenn ich euch hier auf kleine Abenteuer mitten. Wir waren es in der Leute. Lasst ein Like da. Wie steht ihr zu After Eight? Ekelhaft. Sorry. Annen Sie in Eis? Oder fand ich vor 15 Jahren mal lecker. Nee. Oh, ich liebe das. Minze und Schokolade gehören für mich einfach nicht zusammen. Also meine Oma hat das auch geliebt. Und es gab bei ihr immer After Eight. Genau, mein Opa auch. Aber weiß ich nicht. Ich muss sagen, After Eight Eis finde ich geiler als After Eight. Wie gesagt, es kann jeder essen, was er möchte. Aber ich glaube, das war auch so ein Ding. So nach dem Krieg gab es halt nichts. Und Schokolade und Minze, irgendwie Zahnpasta und Schokolade irgendwie. Die kann halt nichts anderes. Maudado, bist du es? Du darfst mich nicht anlügen. Ich gehe auf das Gold. Du darfst mich nicht anlügen. Maudado. Was hast du eigentlich auf deinem Rücken? Eine Orange? Der andere hat ein rot kariertes Hemd. Ah, warte, was? Rot kariertes Hemd hat Sommer gesagt. Ist da gerade Paluten gestorben? Rot kariertes Hemd. So, Paluten. Hallo? Oh. Dann wäre er hier. Ich komme in deine Arme. Hallo? Der hat einen Bogen und der hat mich nicht umgebracht, weil er nicht kennt. Oh, ich fall dich gerade. Oh, der Fortnite-Fischi. Oh, der ist cool. Da gibt es jemandem Schwert. Der will einen Screenshot mit mir machen. Let's go. Das war halt wirklich. Oh. Was ist das denn für einer? Hä? Jetzt gibt es einen doppelten Flutzfinger. So, Paleto. Jetzt. Ich glaube an dich. Du wirst jetzt Murderer und dann rasierst du, wie du noch nie rasiert hast. Komm. Doch. Ich werde einfach nur komplett eskalieren. Wenn ich Murderer jetzt heute noch werde, dann werde ich rasieren. Okay, werde ich vermutlich nicht. Aber ich werde es probieren, Leute. Ich werde alles geben. Sorry. Das habe ich manchmal. Ich habe so gut wie nie Schluck auf, aber ich habe manchmal dieses ... So ein Schlucki und dann ist es weg. Ich hatte vor ein paar Wochen dreimal hintereinander Schluck auf und ich dachte erst, ich sterbe. Ich habe Angst, dass ich irgendwann mal, weil bei Tuff gab es mal so einen Bericht über jemanden, der sein Leben lang Schluck auf ... Ja, ja, ja. ZOMBIE! Ja? Oh. Was geht? Warum ist denn ZOMBIE zweimal hintereinander? Ich verstehe. Jetzt auch nicht. Es tut mir leid, dass ich dich verraten habe, ZOMBIE. Ich deck dir eine gute ZOMBIE. Manu, fach was. Es ist wirklich, die Chance ist wirklich leckerlich gering. Ja, zwei Prozent. Obwohl, das Teaming-Up ist doch verboten, oder? Äh, ja, Teaming ist verboten, darfst du nicht machen. Nein, Teaming ist verboten, das dürfen wir nicht machen. Junge, wir haben schon so oft irgendwie, ja, ich verschone dich und ... Ja, aber das war nicht Teaming, das war Comedy. Ah, okay. Maudado ist Cross-Teaming. Wow. Ich melde ihn. Maudado ist tot. Ich habe gekämpft, so haben wir mich umgedracht. Ich wollte gerade sagen, was ist denn sein Problem, Alter? Was ist er denn für eine Petze? Hier. Wo ist dieser Typ? Misiak. Der wird direkt ignoriert. Petzen mag niemand. Nee, hat dich mal in den Bumpen hier unten geholt? Ja, ihr habt ein kleines Problem. Mein Mörder-Mörder-Tötet-Golumpe ist tot. Oh. Oh, dann lauf hier zum Freund irgendwelche rein mit Bögen. Maudado, Maudado, Maudado. Oh, geiler Kill. Geiler Kill, der war sehr geil. Ich habe Rechtsklick gedrückt. Oh, und der andere? Wo ist der letzte? Ah, da unten. Ach, ist nur noch einer? Ja, ist nur noch einer. Er hat unten gesagt. Da liegt Menjel. Er hat ihm nochmal einen kleinen Flutschi gegeben. Und jetzt. Er schafft das bestimmt. Ich glaube auch. Ich glaube an ihn. Das 1 gegen 1. Oh, er tryhardet jetzt ein bisschen. Er tryhardet. Er will es wissen. Tryhardet auch. Ich laufe einfach nur rum. Oh. Schade. Kein Little Nightmares noch. Ja, aber Maudado hat es doch durchgespielt. Ach so. Er meinte wahrscheinlich, schade, kein Little Nightmares mehr. Darüber ist er sehr traurig. Ja, irgendwann kommt Teil 3 im Feiern. Da freue ich mich drauf. Ich auch. Das gucke ich dann bei meinem Lieblings-Youtuber. Verlede. Ich bin dein Lieblings-Youtuber? Nee. Aber das hast du gerade gesagt, das habe ich auf Kamera. Hä? Das war ein Soundboard. Nein, nee. Das wird zu meinem Soundboard, ja. Oh nein. Aber ganz ehrlich, also das benutze ich. Was war das denn? Abends zum Einschlafen. Menjel ist es. Menjel ist der Murdererall. Mist. Ich war nur tot. Ja, sehr geil. Aber ich habe dich noch mitgenommen. Ja, aber ich habe dich schön verraten. Ich habe schön gepetzt. Denn Pätzen sind die geilsten. Und gewonnen. Was geht ab? Wie schlecht war das denn? Du hast richtig gut das, Mann. Du hast mich halt wirklich gekillt, weil durch den Schuss, den ich auf dich gemacht habe, bin ich langsam geworden. Warum denn langsam? Ja, man slowt doch kurz, wenn man schießt. Ach so, stimmt, ja. Und dann war es ein leichtes Ziel für Zombie. Geiles Ding. Nee, für Zombie. Ich dachte, Zombie hat dich umgebracht. Ja, ich töte Manu immer. So, komm, ich möchte doch bitte. Lass mich jetzt einfach Murderer werden. Doppel Murderer, bitte. Ich, ein Prozent Chance. Ich, ich, bitte. Kille so viele wie möglich. Das steht ja gar nicht. Was steht denn immer? Keine Ahnung. Ich konnte es nicht mal. Ich habe schon so oft Murderer gespielt, aber ich weiß es einfach nicht. Es tut mir leid. Paluten, lauf, Paluten, lauf, Paluten, lauf. Ja, ich laufe, ich laufe. Schneller, schneller, schneller. Ja, ich laufe doch, ich laufe doch. Ich habe ihn gleich. Manu rentiert da her. Ja, ich weiß, was soll ich denn machen? Ja, ich habe ihn. Was soll ich denn machen? 360, drehe dich um. Nee. Hallo. Oh nein, da kommen tausend Leute. Wo ist Maudado mit dem Schwert? Ich habe kein Schwert. Ich habe kein Schwert. Das ist eine Maudado-Schwerte. Nein, 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 ich habe kein Schwert. Paluten, Paluten, ich habe... Maudado. Wer ist es denn jetzt? Nee, niemand von euch. Geil. Doch, doch. Aber ich werde sowieso wieder umgeklatscht. Ja, hier, bitte. Die sollen aufhören, mir hinterher zu laufen. Na, jetzt. Der da oben sieht ein bisschen... Oh Gott, hier ist einer. Der klaut mir... Alles klar, der klaut mir all mein Gold. Ich glaube, Ash ist es nicht. Nein, bitte. Hä? Da, Pokémon Trainer ist es nicht. Ja, fünf Gold. Aber irgendjemand ist hier gerade draufgegangen. Mir rennen drei Leute hinterher. Ja, bei mir sind auch super viele. Hier liegt ein toter Stief. Ah, scheiße. Ich habe ein Boot. Ich habe ein Ultra-Bauer-Hoodie. Der ist... Ja, der muss es... Der läuft mit Maudado. Der ist gerade eben an mir vorbeigelaufen. Er hat mich einen Jungen gebracht. Ich habe einen Bogen. Der da, der da... Oh Gott. Was denn? Was sind wir die Mäle? Wir sind hier Tode und es haben nur zwei Innocents geschossen. Was denn? Was? Ich habe gerade wen angeschossen und der war schon mal nicht. Okay, sehr nice. Ich brauche nur noch ein Gold. Ich gehe jetzt hier einfach mal hoch. Ich schaffst das. Ja, ich sehe... Wieso rennen wir alle hinterher? Nein, Ash Ketchum. Ja, okay. Oh Mann, Ash Ketchum aus Alabastia hat mir mein Gold. Das ist mein Gold. Ja. Ding, gang. Ich benutze die einfach als Fleischschilde, die Leute, die mich verfolgen. Oh Gott, Alter. Der mit den Lederhosen. Sag mal, ich bin doch bei dir hier unten. Der, der, der muss es doch... Ich habe ja meine Bodyguards. Die fangen alle Schüsse für mich ab. Vielleicht ist das. Ich muss laufen. Oh Gott. Kann mir irgendjemand eine Info geben? So, warte. Du bist doch eine Gude, ne? Du bist ja... Genau. Wir sind jetzt ein Team. Du und ich. Wir schaffen... Oh. Oh Gott. Wo kam Ash her? Bist du tot? Ja. Dann ist es Ash. Aber wo kam der her? Okay. Dann baller ich... Wir müssen auf Ash. Was ist Ash? Ketchum aus Alabastia... Oh. Alkabastia. Ein Mörder gestorben. Okay. Dann gehen wir jetzt... Wir gehen auf die Suche nach Ash Ketchum aus Alabastia. Vielleicht ist Ash der tote Mörder? Ja. Ist das? Ja, da liegt der doch. Wo? Ja, genau da, wo du gerade hinlaufen wolltest. Da draußen auf diesem Balkon. Da. Was ist mit... Was ist er? Oh Gott. Was macht der? Oh. Der, den ich gecallt habe. Oh Gott. Let's go, Paletto. Du kannst es doch noch. Du enttäuschst uns ständig. Und Mordado hat ihn noch gedifft. Im blauen. Ja, dann hat er mich umgebracht. Und Ash Ketchum warst du auch gedifft. Und der warst auch. Ja, aber er hat in Ewigkeiten gewartet. So, Paletto, jetzt nochmal. Du hast eine gute Mörderer-Chance. Werd jetzt bitte nur einmal Mörderer. Mehr möchte ich noch gar nicht. 20%. Okay, wir waren doch gerade zu dritt. Dann könnt ihr nochmal raufen rein. Nee, haben wir leider keine Zeit. Okay, warte. So, komm, bitte nur einmal. Einmal jetzt. Sind alle drin? Ja, ja, ja. Eine 1% Chance. Okay, okay. Bitte, Paletto. Du bist so... Du kannst es. Du kannst es. Ich glaube an dich. Nee, eigentlich kannst du es nicht. Aber du gibst dir Mühe. Und das ist manchmal auch... Ach, komm! Warte, wir gehen. Wir haben einmal raus. Ist jemand von euch? Hallo, ich bin Detective. Ich will meinen Fogen benutzen. Was bist du, Zombie? Detective. Oh, dann bleibe ich bei dir. Ich schwirr. Lol. Kann man nicht trinken? Oh, mein Bogen. Eigentlich wollte ich bei Looten hier schießen. Warte mal. Sag mal, warum willst du mir... Was habe ich denn immer getan? Du hast gesagt, du willst in eine neue Runde. Nee, ich will niemals in eine Runde. Ich bin Detective. Jetzt bist du Detective. Das stimmt. Ich bin Detective. Donald Duck könnte es sein. Maudado. Ja, komm, schieß auf mich. Okay. Alle zur Sein... Ja, es laufen einfach 12 Leute. Kannst du hier durch. Durch die Plastik. Ja, Alter, es geht nicht. Du hast irgendwie... Hier muss doch nur ein Murderer jetzt... mal loslegen. Hallo, ein Murderer. Dann wüsste ich wenigstens, wer es ist. Was ist eigentlich heute bei dir los? Sonst werden es doch nie so viele Leute hinterher. Ich laufe einfach im Kreis. Und dann, irgendwann, wenn es hier oben richtig klatscht, dann weiß ich, wer jetzt dann noch mitlaufen kann, der ist es. Du nimmst die Kurven echt nicht effizient, Paluten. Warum? Ich komme langsam. Ja, ich... Sag mal, hier... Bring einfach Maudado um. Ja. Ich höre keinen Knopf. Warum denn? Ja, weil das ist. Okay. Ja, dann hier. Bleib mal stehen. Hier. Richt mich hin. Siehste? Na toll. So, bitte. Bitte, bitte, bitte. Zum Mittel, zur... Taktaktakt. Weißt du, von diesem Sprichwort kann man ja nix benutzen. So, Leute. Jetzt gucken wir mal Palado. Wieso... Habt ihr bei euch eine Prozentanzahl? Nee. Nee. Hatta. Ich hab zwei Prozent. Ich hab sechs... Sechs Prozent. Sechs Prozent, Leute. Sechs Prozent. Ach, komm. Ich bin kein Mörder. Ich auch nicht. Alle nicht? Nee. Ich bin aber nicht deckstückt, aber das ist egal. Ich auch nicht. Das ist richtig nervig. Mann, ey. Okay, paar Looten, paar Looten, paar Looten. Sag mal, du kannst mich doch jetzt nicht verraten. Ich bin's nicht. Ach so. Oh, dann tu... Ja, das wusste ich ja nicht. Du bist so Detective, bitte mach was. Nee, ich hab nix. Ich hab auch nix. Echt? Ja, sorry. Hast du den Schwert nix genannt? Nein. Oh Gott, ich bin grad so nervös. Vielleicht weil du ein Schwert hast? Longshot! Bam! Da ist einer in der Kühlkammer? Was? Im Pfeil gehör? Oh, scheiße, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Weg! Hopp! Ah, er fliegt. Er fliegt, ich erkenn das. Ich erkenn das. Alter, wo bist du? Geräusche des Fliegens. Nein. Das ist, sommer. Der Bogen wurde feiern gelassen. Wo ist der denn nicht mal dooten? Ja, keine Ahnung, der versteckt sich mal wieder. Nur am Campen. Nein! Das hast du... Oh! Bam! Nein! Ja! Wo ist der andere? Wo ist der andere? Alles klar. Alles klar. Okay. Oh nein, was macht der? Okay. Ist es der Wosene? Mhm. Wie finden wir den Mörder? Leute, ihr könnt einfach AFK gehen. Ist egal. Also... Oh, ich hab für ihn gekillt. Er war es nicht. Wie? Man kann AFK gehen. Ich glaub halt nicht... Wir sind alle tot. Na nee, Sommer lebt noch. Okay, dann kann ich los. Die Person wird es in dieser Zeit nicht schaffen, die fünf noch umzubringen. Also, glaub ich nicht. Bis dato haben sich alle gegenseitig umgebracht, hab ich das Gefühl. Alles klar. Es sind nur noch drei. Was? Was? Jeder... Bitte. Bitte ich... Ey, dafür, die Mindgames. Ich bitte dich. Sind alle von euch tot? Nee. Achso. Leb noch. Als ob. Als ob. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Jetzt haben sie noch mehr Leute umgebracht? Das gibt's nicht. Das ist unglaublich. Bitte. Es töten sich einfach alles. Das hab ich noch nie gesehen. Komm. Du schaffst es. Nein! Nein! Warum bist du der letzte Zombiel? Das hätte ich an deiner Stelle nicht gesagt. Ich wehre mich einfach nicht. Ich wehre mich einfach nicht. Ja, er weiß es ja. Also... Ich wehre mich einfach nicht. Ich wehre mich. Ich such den. Ich will den einfach nur finden. Ey, bring den bloß um. Ich will finden und abgestochen werden. Nein, 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 nein. Du bringst den um. Doch, ich will... Da ist er. Er legt einfach ohne Ende. Hinter dir. Hinter dir. Warte, ich schieße einen Pfeil, dass er mich bemerkt. Hä? Er dreht sich um. Oder war er ein Pfeil? Diese Verzögerung. Jetzt kommt das schwer. Läuft gegen die Wand. Hallo? Ja! Oh Gott, wie traurig. Hast du überhaupt einen umgebracht? Einen. Okay, Leute. Das war's mit der Folge von Minecraft Murder. G.P. Zombie und Mordano sind natürlich ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso wie der Paluten-Shop. Hier sind jetzt auch noch ein paar Videos. Genauso wie der Team Paluten-Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Vielen Dank fürs Zusehen. Habt jetzt noch einen traumhaften Tag, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.